Ganz herzlich begrüßen, liebe Fußballfans, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Auf dem Kommentatorenplatz haben Wolfhuss und Frank Buschmann Platz genommen. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt und wenn diese beiden Klubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Ganz energischer Einsatz. Und George Best am Ball. Sieht vielversprechend aus. Den Ball hat er. Goretzka. Haarlands. Vinicius Junior. Vielleicht die Führung jetzt. Stark. Das war's mit der Schuss. George Best. Auf den ist einfach Verlass. Toko Ekambi. Vinicius Junior. Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. Jetzt Ribery. Tolles Drehblick. Da sind sie alle machtlos. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Frank Ribery am Ball. Da ist die Chance. Ja, abseits. Toko Ekambi. Bringt er sie in Führung. Situation erstmal geklärt. Klasse Chance jetzt. Ja, toll gehalten. Gelb gibt's hier auch noch. Grund war diese harte Aktion eben. Guter Befreiungsschlag hier. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Die zweite Hälfte läuft. Anstoß durch Real Madrid. Vinicius Junior. Haaland. Luis Figo am Ball. Pass bleibt hängen. Luis Figo. Klappsoba. Javier Mascherano jetzt. Haaland. Oh, das könnte was werden. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Wir schauen nochmal auf dieses Tor. Und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor. Und der Abschluss ist auch richtig gut. Und jetzt sehen wir hier endlich das erste Tor. Jisung Park. Die Mitspieler bieten sich an. Oh, gefährliche Szene. Da können sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Da bedankt sich die Abwehr, das ist Abseits. Ja, da machen sie der Abwehr das Leben leicht. Schwacher Pass. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Da musst du geduldiger spielen, ist ja keine Frage. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jisung Park. Best am Ball. Das ist Park. Vielleicht der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Und alles zurück auf Anfang. Herrlich, wie er das macht. Wir schauen auf die Wiederholung. Tankt sich durch. Willenstark. Unwiderstehlich. Und perfekt der Abschluss. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. George Best. Park. Der Angriff kommt. Können sie sich hier doch noch den Sieg holen. Aber dann verlieren sie den Ball. Keine Gefahr mehr. Keine Frage. Das war Abseits. Raphael Marquez. Und nun Roy Keane. Vinicius Junior. Vielversprechender Vorstoß. Könnte die Führung werden. Schossel lebt noch. Erstmal Gefahr bereinigt. An dieser Premie ändert sich nun nichts mehr. Wir sind am Ende dieser Partie angekommen. Es gab hier sehr wenig, was die beiden getrennt hat.